Wenn ich als Begleitperson unterwegs bin, brauche ich mein Laptop nicht mit und brauche keine Zettel mit mir herumschleppen. Ich habe nämlich alles am Handy. In der Sternsinger Handy-App habe ich nämlich eine Übersicht über meine Gruppe, habe dort Kontaktdaten zu meinen Sternsingerinnen und Sternsingern und sehe auch genau, wo ich heute hin soll. Ich habe nämlich meinen Routenplan immer in der Sternsinger-App verfügbar. Ich habe auf der Karte eingetragen, wo ich unterwegs sein soll und kann dort auch abhaken, was ich heute schon geschafft habe in meiner Gruppe. Das sind die zentralen Vorteile, warum ich die Sternsinger Handy-App benutze.